Ich war die letzten Tage mit meinem Assistenten richtig viel unterwegs und hab dabei sein Auto einfach dreckig gemacht. Deswegen hab ich ihm versprochen, beim Putzen zu helfen. Wir sind zuerst in die Waschstraße gefahren und ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst. Doch ich hab mich daran erinnert, dass ich schon ein großer Junge bin und dann ging's auch voll klar. Im Anschluss hat mein Assistent gesaugt und meine Aufgabe bestand darin, zu kontrollieren, ob er auch alles sauber macht. Weil ich das so gut gemacht hab, hat mein Assistent gesagt, dass er noch eine Überraschung für mich hat und ich mir ein Geschenk aussuchen darf. Ich suche zu ihm, nichts leichter als das. Ich hätte gern so einen Pool für meinen Garten. Also sind wir zu Obi und ich hab als erstes viel Liebe von einem Mitarbeiter bekommen. Anschließend hat mir der Kollege die verschiedenen Pools gezeigt, aber wie du dir denken kannst, war ich nicht ganz zufrieden. Die sind alle viel kleiner als das, was ich mir gewünscht habe. Ich denk, die Enttäuschung siehst du mir an. Naja, wir sind dann nach Hause gefahren. Wenn du wissen willst, ob ich Spaß mit dem Pool habe, musst du mir unbedingt folgen.